Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Ja, und wie gewohnt wollen wir das natürlich sofort tun. Und ja, heute starten wir mit einer Überschrift, mit der ich schon relativ häufig konfrontiert worden bin. Auf jeden Fall gerade so in den ersten Erfahrungen, die Familien so machen, eine nicht ganz unerhebliche Frage. Nämlich, welche Symptome oder Auffälligkeiten begegnen uns bei Kleinkindern? Und ja, das ist eine Frage, die natürlich relativ viel ausmacht. Das Thema hier ist leider meistens, dass niemand in der Nähe ist, dem sowas gleich auffällt. Denn hierfür ist natürlich eine gewisse fachliche Beobachtungsgabe fast schon notwendig. Und um ein paar Hinweise darauf zu geben, wie das sich hier so entwickeln könnte und welche Verhaltensweisen und Besonderheiten hier drauf hinweisen, das gucken wir uns mal hier in dieser Folge an. Ganz wichtig zu sagen ist einmal, dass Autismus ja von Geburt an vorhanden ist, aber in der Ausprägung schon seine Weile braucht. Das heißt, die ersten Auffälligkeiten zeigen sich erst so in den ersten Lebensmonaten, teilweise erst in den ersten Lebensjahren. Und deswegen kann sich die Autismus Spektrumstörung auch eine Weile ziemlich gut verstecken. Ja, und wir versuchen mal so ein bisschen zu unterscheiden. Es ist immer ein bisschen schwierig, hier so ungefähre Zeitfenster einzugrenzen. Grundsätzlich könnten wir mal erstmal einen Blick darauf werfen, was so ganz kleine Kinder, also sagen wir mal so unter einem Jahr, wo die auffällig sind. Und da bemerken wir insbesondere so Auffälligkeiten in der Interaktionsfähigkeit. Und ja, die soziale Interaktion ist sowieso ein sehr relevantes Thema in Bezug auf die Autismus Spektrumstörung. Und hier sehen wir so bestimmte Auffälligkeiten, die dann auch relativ prägnant sind. Zum Beispiel haben viele Kleinkinder dann ein sehr geringes bis hin zu nicht vorhandenes Interesse am Blickkontakt. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel die Mama oder der Papa in den Raum kommt, dann ist das erstmal nicht so relevant für das Kind. Das heißt, es hat erstmal gar nicht so der Blickkontakt aufgenommen. Und manchmal ist es auch so, dass die soziale Interaktion hier so doll eingeschränkt ist, dass die Kinder sich gar nicht wirklich für die Eltern interessieren. Also gar nicht versuchen, Kontakt aufzunehmen. Ja, und das Gleiche wie für den Blickkontakt gilt dann auch für so Dinge wie Lächeln oder die Mimik anderer. Also wir sehen ja zum Beispiel, dass Babys so auch aufgrund ihrer Spiegelneuronenaktivität, die ich ja auch bestimmt schon einige Male erwähnt habe in diesem Podcast, denn dazu neigen, einfach auch zurückzulächeln oder zum Beispiel auch den Mund aufzumachen, wenn Mama den Mund aufmacht. Also wenn es zum Beispiel um die Flasche geht, das ist natürlich auch später beim Füttern noch ein Thema. Und hier kann es sein, dass die Kinder nicht wirklich spiegeln und das ist ein klares Indiz dafür, dass man hier vielleicht mal ein bisschen drauf gucken sollte. Ja, dann gibt es so mit den nächsten Lebensmonaten oft so Auffälligkeiten, wie dass die Kinder zum Beispiel wenig Interesse an sozialem Spiel entwickeln. Das heißt, sie haben nicht so viel Interesse daran, jetzt spielerisch zu interagieren und sind eher für sich und beschäftigen sich so mit Dingen, die sie so interessant finden. Das Gleiche gilt auch für einen sehr auffälligen Mangel an Nachahmung von zum Beispiel Gesichtsausdrücken oder Gesten. Denn die meisten neurotypischen Kinder, die machen ja viel nach und wenn man sie in gewisser Art und Weise anguckt, anlächelt oder bestimmte Gestiken oder Gesichtsausdrücke an den Tag legt, dann werden diese auch von den Kindern nachgemacht. Und das könnte hier bei autistischen Kindern manchmal ziemlich schwierig werden. Wenn wir jetzt so ein bisschen weiter gehen und schon so in den Lebensmonaten unterwegs sind, wo die Sprachentwicklung eine richtige, wichtige Rolle spielt, dann fallen uns so Dinge auf, wie zum Beispiel, dass es eine verzögerte oder vielleicht sogar fehlende Sprachentwicklung gibt. Hier kleiner Hinweis, es ist ganz wichtig, hier einmal zu überprüfen, ob die Ohren mechanisch in Ordnung sind. Das ist ja heutzutage relativ einfach zu testen, denn auch dies könnte dazu führen, dass die Sprachentwicklung deutlich eingeschränkt oder gestört ist. Bei autistischen Menschen oder Kindern vor allen Dingen ja auch ist es so, dass manchmal die Sprachentwicklung sehr verzögert ist. Aber es kann durchaus auch vorkommen, dass autistische Menschen gar keine funktionale Sprache ausbilden und dann auch als Erwachsene nicht sprechen können. Das ist gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Gut, dann gibt es so ein paar weitere Besonderheiten, wie zum Beispiel die Echolalie. Da werden Wörter quasi wiederholt oder so ein bisschen nachgesungen. Das hat aber hier in diesem Fall nichts mit so Nachplappern zu tun. Das passiert hier auch schon viel früher. Das heißt, wenn ich jetzt etwas sage zu dem Kind, kann es sein, dass das Kind das so ein bisschen nachsagt. Ja, dann ist es grundsätzlich ein Thema, dass autistische Kinder in vielen Situationen Schwierigkeiten haben können, ihre Bedürfnisse oder Gefühle verbal auszudrücken und haben dann oft nur so andere Strategien zur Verfügung, wie zum Beispiel Schreien oder Weinen. Oder es könnte auch hier vermehrt zu aggressiven Verhalten kommen. Auch das ist nicht ganz ungewöhnlich und es können hier auch grundsätzlich Probleme in der nonverbalen Kommunikation bestehen. Zum Beispiel, wenn Gesten nicht so richtig verstanden werden oder die Kinder vielleicht nicht auf Dinge zeigen oder so, dann ist das durchaus auch wieder eine Auffälligkeit. Und wo wir ja immerhin gucken müssen bei autistischen Menschen und das auch schon in einem relativ frühen Alter, sind die wiederholenden Verhaltensweisen, also Stereotypien und auch die Spezialinteressen, die sind hier schon relativ schnell auch auffällig. Das heißt, das Kind braucht zum Beispiel dringend Rituale, ist ganz darauf angewiesen, dass alles immer in der gleichen Wiederholung passiert, am gleichen Tag, zur gleichen Tageszeit und zeigt deutliche Verstimmung, wenn das halt nicht der Fall sein sollte. Dann gibt es eine Tendenz dazu, dass bestimmte Spielzeuge ganz intensiv und detailliert bevorzugt werden und die Kinder manchmal nur mit diesen Spielen und das müssen nicht Spielzeuge sein, sondern es können auch tatsächlich einfach nur Gegenstände sein. Also Dinge, die für uns aus unserer neurotypischen Betrachtung gar keinen so besonderen Wert haben und damit können sich diese Kinder dann aber manchmal wirklich Tage, Stunden lang beschäftigen. Ja, und was immer auffällig ist und da kommen wir auch schon fast in den Bereich der sensorischen Auffälligkeiten, also der Wahrnehmungsbesonderheiten, ist natürlich, dass autistische Kinder, wenn sie jetzt so bestimmte Überempfindlichkeiten haben oder Unterempfindlichkeiten in der Wahrnehmung, dass sie natürlich auch zu den Stereotypenverhaltensweisen neigen, also so über Körper quasi ihre Stereotypien ausleben. Das könnte sein, dass sie so mit den Händen flattern oder sich drehen oder natürlich ganz klassisch schaukeln und sich hin und her wiegen. Auch das wäre eine Möglichkeit, aber auch sämtliche andere Formen der motorischen Aktivitäten sind hier durchaus denkbar. Ja, ja, dann haben wir natürlich eine oft sehr spezielle Wahrnehmungsverarbeitung und da könnte es zum Beispiel darum gehen, dass die Kinder überempfindlich in Bezug auf Licht, Geräusche, Texturen, Geschmäcker, Gerüche sind und sich da sehr, sehr überfordert zeigen. Und das sind dann oft Dinge, die für uns auch gar nicht so speziell sind, also gar nicht so ungewöhnlich. Und hier werden die aber sehr intensiv wahrgenommen und das ist auch bei Kindern dann schon sehr auffällig. Genau und darauf reagieren Kinder denn, dass sie zum Beispiel sich gehäuft, die Ohren zu halten. Das wäre ein ganz klassisches Beispiel, denn ihr wisst ja, dass die Kinder im auditiven Bereich oft sehr, sehr stark beansprucht sind, also hier besonders empfänglich sind, auch für Reizüberflutung und ähnliches. Und das gleiche gilt aber auch für Licht, da werden dann die Augen zugehalten oder die Kinder halten sich immer so eine Hand über die Augen, das wäre auch eine Möglichkeit. Und das wären schon mal so zwei ganz deutliche Zeichen für Überempfindlichkeiten. Natürlich gilt das gleiche auch für Unterempfindlichkeiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Kinder ganz schräge Sachen essen, ganz harte Sachen oder so. Es könnte auch sein, dass sie immer viel zu stark in der Berührung sind oder dass sie auffällig schlecht auf Schmerzreize reagieren zum Beispiel, also ständig sich irgendwie verletzen, ohne dass sie den Eindruck erwecken, dass ihnen das jetzt wehgetan hätte. Oder sie neigen dazu, besonderen Druck auf den Körper zu wollen, also indem sie zum Beispiel Sachen auf sich rauf lehnen oder sich zwischen irgendwelche Sachen klemmen oder so. Das sind auch so klassische auffällige Dinge, die wir bei Kindern hier beobachten. Ja, und grundsätzlich könnte es auch Auffälligkeiten in der Motorik geben, insbesondere in der Feinmotorik, dass zum Beispiel Dinge nicht richtig gegriffen werden. Später bei Schulkindern ist natürlich immer ein Thema das Schriftbild, das ja oft sehr katastrophal ist, also für die Kinder selber gar nicht lesbar ist. Und ja, genau, auch so Teile wie Sachen wie zum Beispiel die Jacke zumachen, also Reißverschluss zumachen oder einen Knopf auf oder zumachen, das könnte hier auch schon schwierig werden. Und grundsätzlich sind wir natürlich auch in diesem Bereich unterwegs, dass wir beobachten müssen, wie flexibel sind die Kinder, wie reagieren sie auf Veränderung. Auch das sind so Dinge, die durchaus auffällig sind. Wichtig ist, was ich euch dazu erzählt habe, sind deutliche Indizien und je gebündelter das Ganze dann auch stattfindet, desto höher ist natürlich schon auch irgendwie der Verdachtsmoment. Aber trotzdem lasst euch jetzt nicht erschrecken. Wichtig ist, solltet ihr das Gefühl haben, dass hier jetzt sehr, sehr viele Punkte zutreffen, auf eure Kinder zum Beispiel oder auf Kinder, die ihr in der Kita betreut, dann ist immer die Möglichkeit einer medizinischen Abklärung natürlich ziemlich ratsam. Und bevor man da jetzt die Pferde scheu macht, um es mal ganz neurotypisch im Sinne eines Wortspiels zu sagen, sollte man immer gucken, dass man das auch medizinisch gut abgeklärt hat. Ja, und ich hoffe, das hilft euch hier ein bisschen weiter und mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt mal alleine. So, und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrumstörung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.